Wir Piraten sind hier für Transparenz im Landtag angetreten. Wir glauben die Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, was der Abgeordnete neben seinem Job als Mitglied des Landtags alles macht und deswegen fordern wir erstens die Offenlegung aller Nebeneinkünfte centgenau, zweitens die zeitliche Offenlegung der Nebentätigkeiten. Auch ein Ehrenamt kann eine politische Entscheidung beeinflussen und drittens wissen wir aber auch, dass die Rechte Dritter geschützt werden müssen und wir sind bereit darüber zu diskutieren.